Unglaublichen Kupferkessel. Und das zusammen macht den Laden aus. Der Arkadias Kupferkessel. Und hier sind wir in Arkadias Kupferkessel, wo der Käse am Boden liegt. Huch. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ups. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu... Ja, ich höre euch reden, aber ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ach, hier. Hallo. Ihr seht etwas blass aus. Findet ihr? Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil, ein ziemliches Problem. Naja, ich... Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Ja, ich... Werf deinen Blick drauf. So, was habt ihr denn zu verkaufen? Ich weiß zwar nicht, wo ich hier jetzt bin und warum ich hier bin, aber ich gucke gerade, vielleicht hat die ja noch so... Ah, ja, genau. Wert 100. Ach, oh Mann. Nee. Nee, 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 Frau. Nee, lass. Nee, spar dir den weiteren Text. Tschüss, ich bin raus. 100 für einen Heiltrank. Für einen kleinen Heiltrank will die 100. Dabei haben wir gerade immer 2500 Gold. Das ist ja richtig teuer. Dann kriegen wir mal 25 Heiltränke. Für denselben Preis kriegt man Final Fantasy meistens 1000. Naja, vielleicht ist das auch nur so ein 0815 Zauber, aber... Hier muss es ja aus richtigem Material hergestellt werden. Da ist einfach so ein Püllchen mit rundem Zeug drin. Naja, so... Jetzt überlege ich gerade, was wir als nächstes machen können oder wo wir uns als nächstes hinbegeben werden. Ich gucke mal in die Mission rein. Diesmal auf Anliebtreib, wie ist das richtig? Ich würde mich ja gerne an Reja rächen. Der Geist des Wahnsinns. Spalagiusflügel im blauen Palast. Zauberer in die Wolfsschädelhöhle. Aha. Wolfsschädelhöhle? Okay. Jürgen Windhofer, der Segen der Natur. Nesselfluch in höchster Luft. Ähm... Okay, Verschiedenes. Akademie... Ich würde einfach sagen, wir begeben uns jetzt mal zurück nach Einsamkeit. Denn dort hat der blöde Typ... Oder die blöde Äxte... Jera oder Yariyara uns ja verraten. Und da begeben wir uns jetzt hin. So, aber um da hinzukommen, müssen wir nochmal... Ähm... Ja, machen wir das mal da von da aus. Und der... Radiyara... Wird sich... Echt freuen, uns wiederzusehen. Ha, ha, ha. Die gemeinsamen Schlammkratten... Die gemeine Schlammkrabbe entlang der Nordküste... Und an Seen und Flusshofer an zu Hause... Liegt sie still. Sie ist leicht, für einen Stein zu halten. Doch seine natürliche Art, sich zu tarnen... Ist eine unsagbare Kunst. Boah, ist das dunkel. Wisst ihr was? Ich muss nochmal... Wir haben übrigens jetzt... Das zweites Herzfeuer. Gehen wir mal neun Stunden weiter. Ich brauche ein bisschen Licht. Ah ja. Das Licht kommt... Und es... Scheint nicht besonders hell zu sein. Naja. Zumindest ist es heller als vorher. Jeder! Du wirst fallen! Wir haben einen Fuhr um... Und werden dich niederschreien. Nur ich frage mich gerade... Ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Wo genau das ist? Ist das auf dem Berg? Naja, mal gucken. Wir kommen da schon irgendwie hin. Du 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 du... Du 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 du... Salzwassergrote entdeckt. Und eine Kiste. Herrenlos. Mit 75 Gold. Und Rolle der... Geisel der Untoten. Haben wir hier noch was drin? Ah, hier nicht ein bisschen Geld. Und ein Dolch. Toll, den wollte ich nicht. Aber was sonst? Jetzt haben wir ihn. So, kommen wir hier rein? Salzwassergrote. Ja, ja. Ein neuer Ort. Hier werden wir uns die Suppe wahrscheinlich ordentlich versalzen. Das ist ja eine Salzwassergrote. Ha, 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 ha. Ja. Da sind wir mal wieder oberlustig. Oh, äh, ein Horka. Oh, ho, 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 ho. Ich weiß nicht, wie stark ihr seid. Naja, nicht so sonderlich. Komm. Zack. So, den einen Horka haben wir erledigt. Haben nur ein bisschen Leben verloren. Und dann gehen wir einfach mal weiter und benutzen unser Tool, um weiter voranzukommen. Doch scheinbar ist hier gar nichts. Oder doch? Und ich sehe es nicht. Wir sind doch noch Horka. Was sollen wir hier? Na ja. Na komm. Ja, 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 ja. Ja, komm, Horka. Geh nicht fest. Komm, stamm. Zack, zack. Boah, Schnitzel, Schnitzel. Scheiße, ich kann mal den Kumpel, äh, deinen Kollegen gerade nicht durchsuchen. Wie anmutig, wie brachial, ein Horka. Aber warum ist hier eine Höhle doch nicht nur für Horka? Ich sehe ja gar nichts gerade. Ah, nee. Und was hat der? Auch nur Horka-Zahn und Horka-Fleisch. Ich weiß gar nicht, warum man hier reingehen kann. Wahrscheinlich, um ein bisschen Horka-Zeugs zu sammeln. Hey, Horka! Zack, zack. Schnitzel, komm. Deine Fetthaut. Du schützt dich vor meinen Klingen nicht. Du Riemann-Russ. So, jetzt sind wir da auch aufgestiegen. Nur was sollen wir hier zum Henker? Hier kommen wir nicht voran. Es ist so dunkel, dass ich nicht sehe, ob hier vor uns was ist. Also ich weiß, dass da oben ein Weg ist. Aber ob da ein Tunnel ist oder sowas sehe ich jetzt gerade nicht. Aber von hier aus betrachtet würde ich es einfach mal sagen. Nö. Es ist einfach nur eine dunkle Grotte, wo wir uns in Reihe hineinvollziehen können und hier ein paar Horka halten. Horka haben. Die wulzigen Walrus-Verschnitte. Oh, die Klinge sieht auch auch schön aus. Mit gezogener Waffe bewegst du dich langsamer. Ja, das ist eine Sache, die ist mir auch schon aufgefallen. Schöne Klinge. Wirklich eine sehr schöne Klinge. Gasthäuser eignen sich bestens, um Gerüchte aufzuschnappen. Meistens können dir die Wirte von Quests in der Nähe berichten. Mist, wie kommen wir verdammt nochmal auf diesen bekloppten Berg? Der ist so bekloppt, bekloppt, bekloppt. Dann laufen wir halt ein bisschen rum. Und ein Hundi läuft mitten in die Schneewelchtiefen. Irgendwie müssen wir doch da hochkommen. Irgendwie wird unser Weg uns schon raufführen. Komm, wir haben doch von Reinhold Messner gelernt. Wir können doch Berge steigen. So. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Hier können wir hinauf. Hier werden wir Reja näher kommen. Und in den Arsch treten. In seinen verdammten Echsenarsch. Jetzt müssen wir wieder runter, weil hier nur ein blöder Felsen war. Der uns seinen Weg versperrt. Und zurück gehen wir nun nach oben. Und eng am Stein fest. Und dann juckt mein Auge. Das juckt so sehr, dass ich kratzen muss. Und das fällt mir nicht schwer. Und gehen nun weiter. Ich hoffe, der ist nicht auf der Bergspitze dort oben. Ach, das ist eh da hinten. Ah, okay. Aber auch merkwürdig, das Veräxen. Dass die sich so einen Platz aussuchen. Ähm. Naja, ich glaube, wenn wir da unten sind, kommen wir nicht mehr rauf. So. Hui. Gott, der Brot des zerbrochenen Ruders entdeckt. Machen wir nochmal an Teotas einen kurzen Speicherpunkt. Denn wir haben Herzfeuer. Bei der Kälte ist das Herzfeuer auch wirklich notwendig. Oh, Stachelgras sammeln. Natürlich. Weil wir das nicht brauchen. Aber einfach mal sammeln. Der wird sich freuen, uns wieder zu sehen. Ich glaube nicht. Der wird eine Party schmeißen. Und ein Schwert wahrscheinlich direkt hinterher. Bevor wir unsere Axt in seinen Wands gerammt haben. Unsere Klingen werden sein Schwert, seine Haut spalten. Vertiefungen werden wir ihm einritzen. Hm. Und ich bin gespannt. Er ist bestimmt nicht alleine hier. Äh. Ne. Reise zur Drotte des zerbrochenen Ruders. Bärenpelz? Konnten wir es mit jedem Schiff aufnehmen. Egal wie groß. Was war das? Was war das? Hier drüben. Hier ist niemand. Schnitzel. Was? Ach, ein Bogenschütz. Nehmen wir dem erstmal was weg. Oh, das Eisenschwert sieht aber hübsch aus. Und das ist ein Tattoo. Ich habe das, wie befürchtet, wenn wir das hier machen, ist alles hier weg. Deswegen sammle ich jetzt mal. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Ich habe zwei Eisenschmetter und du hast nur einen blöden Pfeil im Bogen. So. Dietrich, Gold, Eisenpfeile, äh, Streitkolben. Äh. Lassen wir den mal hier. Und ein ganz schlichter Bogen. Was habt ihr denn hier so? Großer, leerer Sack. Das Lanz nehme ich einfach mal mit, weil wir das nämlich für jedes Gericht brauchen. Zumindest was ich jetzt so gesehen habe, brauchen wir das wirklich für jedes Gericht. Ein paar Kartoffeln können nicht schaden. Das können wir einfach mal lassen. Hier im Fass ist nichts. Da im Fass ist auch nichts. Und Wolfpelps nehmen wir natürlich auch mit. Den Wein können wir hier lassen. Was haben wir denn hier noch Schönes drin? Ein paar Kartoffeln und noch mehr Kartoffeln. Und, oh, eine ganze Kiste voll Wein. Im Fass haben wir ja nur Weizen. Ja, 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 ja. Und hier haben wir nichts drin. Das war es ja auch schon. Ich würde das Ding ja mal runterklatschen, aber ich habe die Befürchtung, dass hier alles abfackelt. Oh. Ähm. Geheimer Schatztruhe. Kling mal kurz weg. Aber dafür haben wir ja unsere besonderen Skills, wie das hier. Ja. Die besonderen Skills sind so praktisch, dass ich mich jetzt hier... Nein, jetzt sag ich, wir kommen hier nicht mehr raus. Ich bin... Scheiße. Scheiße. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Okay. Nur Geduld. Wir kommen bestimmt hier unten raus. Ja. Soviel zum Thema. Wir kommen hier unten raus. Hm. Wie nennt man das? In eine blöde Situation buxiert, was? Komm. Äh, komm. Da kommen wir raus. Genau. Ich weiß, dass wir hier rauskommen, weil ich eigentlich... Boah, das Wasser ist so kalt. Dann schwimmen wir einfach raus. Wenn wir schon nicht raushüpfen können, dann schwimmen wir raus. Ist auch ganz einfach. So, hier geht's nicht raus, aber da. Da sehe ich ja schon die Leiter. Schön hat Seetang übrigens. Bärenpelz und ein Sack voller Tomaten... Ein Sack voller Tomaten... Tomaten... Tomatenmastische... Fantastische Sache. So, jetzt nochmal, aber diesmal ohne runterzufallen, hoffe ich. Hull! Ja, ich sag's doch. So, was haben wir denn hier? Ein Geldbeutel. Mit rund 17 Gold. So, jetzt... So, jetzt...